Junge, ich krab mich hier einfach geradeaus. Okay. Geweck-Creeper. Ich krab mich mal zu deinem Namen nach. Wie konnte der hochgehen? Geweckspinne. Wie konnte die hochgehen? Ach, kies, 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 au, 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 au. Was hat mir getan? Wolle nicht nur ein zweiter Creeper. Oh Gott. Geweck, du. Geweck, du. Geweck, du. Geweck, du. Geweck, du. Geweck, du. Kondome. U, ho, 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 ho. Alter, jetzt wird das so wie Co. Ach du Scheißer brauchst Hilfe. Das ist meiner zu schlecht. Oster Zombie. Ich will mich ja gerade zu dir durchgrauert. Jetzt ist dein Name wieder weg. Wo bist du langgegangen? Ach nee, da oben ist er nicht verkehrt. Das ist ganz komisch. Der Name ist manchmal da, aber manchmal, ne? Minecraft Logik. Ja, na. Na, der ist halt da, aber ganz schwach. Und wisst ihr, als, 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 als. Wer dann. Oh Gott, Eisen. Als wäre dann nichts. Komm dir mal Luft. So warm, wie das ist, bringt mich das jetzt ohne weiter. Warte, ich bin leider, dein Name, dein Name wird immer größer. Oh yeah, er ist größer. Oh, äh. Lass das bitte. Wo ist der Zombie, den Scherhör? Gott, verdammt. Hä, wo gehst du hin? Jetzt ist hier Eisen. Na, hier bin ich. Du lösst gerade über mir. Ah, ich seh's. Ja, da hast du noch so ein bisschen Kohle. Dort so, hinten. Spring hoch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin gerade schon am Bauen. Ja, komm. Sperr mich aus. Äh. Hey, ich bin oben. Oh, hier ist Kohle. Ja, Level 25. Na, du kannst da klein mal die Dinge jetzt abhauen. Hast du ja nichts Besseres zu tun, du Null. Oh Gott. Ich weiß nicht, was ich ohne das Eis machen würde. Creeper. Geh weg, du Bastard. Wie viel ist das? Alter. Oh yeah, Wasser. Oh, 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 oh yeah. Hey, cool, Pilze. Mega. Hast du schon mal Pilze gegessen in deinem Leben? Also im Real Life? Na klar. Isst du Pilze gerne? Und was für welche? Jumping Nons. Ich isst gern mit die Magic Mushrooms. Oh, kacke. Oh, da geht's in eine Monsterhöhle. Da, von wo kam's für die Kohle. Aber ich? Da, hau halt die Holzachs weg. Hey, wo bist du? Ah, da hinten. Einfach weitergegangen. Ich seh deine Fackeln. Wow. I coming. Da unten ist Skelett. Alter, schön. Und wenn man aus einer Phantasie abgeschossen hat. Durch einen Stein. So wie ich's halt machen. Äh, hier ist das Skelett. Oh, oh, das hat richtig Falldamage gekriegt. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ich höre vier Zombies. Wie ist das denn komisch nur Eisen? Äh, Junge? Ist doch besser. Wenn wir irgendwann mal keine Dias mehr haben, haben wir noch Eisen wenigstens. Ich hab schon über einen Stack, Junge. Was soll mehr damit? Oh, oh. Hilfe. Hilfe. Uhu. Stirb doch. Verdammt. Junge. Junge. Hier kommt eine übste Armee. Ah. Hilf mir mal. Alter. Drei Zombies und ein Skelett, Mann. Verfluchte Scheiße. Au. Wow. Ich muss nur gegen sieben Zombies kämpfen. Ich muss nur gegen sieben Zombies kämpfen. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. YOLO. So einer Beschuss. Oh, ich glaub ich hab nen Spawner. Ähm. Das hört hier gar nicht mehr auf. Von Zombies oder was? Ja. Ne, das kann sein. Das war bei mir auch mal mit sieben. Die sind da einfach so gekommen. Das waren ne nur sieben. Das waren überhaupt ne sieben. Das waren jetzt bestimmt auf elf Zombies. Oh nein. Bitte zunächst auch. Auf damit. Ah, nice. Du Opfer. Oh Gott, meine Rüstung ist fast kaputt. Alter. Na was denn? Die ist halt, das sind so die, Mann. Nee, ist schon wieder nur so ein beschissener Eisengelump. Schau, das kleine Lava oder so. Ich hab bis jetzt erst acht Gold. Und 400 Cola. Ich find das voll scheiße mit den Stacks, aber nur 64, 64. Das könnten so richtig höher schrauben. Oh, Labuslazuli. Der beste Stoff, den man braucht. Das Wasser machen wir weg. Das ist nervig. Alter. Scheiß Stein. Hast du das Wasser schon weg gemacht, was hier kommt? Was ist denn das hier für ein komischer Gang? Guck mal. Das ist nicht normal. Was denn? Alter. Komm einfach mal hier hin. Meine Güte. Verging Wasser. Warte, hier ist schon wieder Eisen. Wenn du meinen Namen findest, dann einfach da lang halt. Das sieht echt übelst krass aus. Das sieht nicht aus irgendwie. Hey, hier ist ja wieder Cola. Ja, ich seh da oben deinen Namen nur. Ich seh ein Skelett. Was mich, ja, was mich aus Fantasy-Wörter angreift, aber ich kann's nicht immer hiten, Alter. Hä? Ich seh auch deinen Namen, aber du bist bei der unten. Ja, weil hier Kohle, Eisen, Kohle, 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 Eisen, Eisen, Kohle ist. Und dann nochmal Kohle. Oh, hier ist Obsidian. Das ist ja was ganz Neues. Ach, da habe ich schon Klumpen-Kohle vergessen. Ach, da ist ja gleich noch einer. Oh mein Garsch. Wie geht's jetzt nach oben? Ja, hier. Äh, 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 äh. Äh, super. Äh. Äh. Oh, Essen. Du musst jetzt mal bitte hierher kommen. Hier ist nämlich dieser Gang. Ja, hier. Yolo. Ich verspreche, ich hab da nichts gemacht. Hier ist noch der ganze Kies. Geh mal hier lang. Das sieht richtig dumm aus. Wenn das von der Welt gemacht wurde, dann ist es ja okay, aber... Guck dir das mal an. Hey, cool, Kohle, so, das hab ich noch nie in dem Spiel gesehen. Das ist ne fucking Neuheit. Ja, kam halt mit dem neuen Update. Oh, warte mal. Da ist immer nur so ein Übermaßen da. Wir machen uns hier mal ein bisschen Platz, Alter. Ich hab fast vier Stacks. Guck mal, da ist was für dich, das hast du noch nie in deinem ganzen Leben gesehen. Ich hab fast vier Stacks Kohle. Jolo. Jolo. Bis hat er da runtergefallen. Oh. Au. Ähm, lol. Wir gehen da gerne lang. Was ist denn das? Oh, Alter, hab ich mich gerade erschreckt. Hast du hier grad Feuer gemacht? Äh. Hä? Was ist denn das? Ich hab Feuer gemacht. Ich war es nicht, na? Ja. Da ist Lava. Hier ist Redstone. Redstone. Mach das mal zu. Mach das mal zu, du Lauch. Alter. Oh. Jetzt mal da mal so ein Schweiß hin. Redstone hört nicht mehr auf. Hilfe. Ich war über Redstone. Ich bin, ne? Mach hier mal mehr Platz, das ist übelst scheiße. Wir haben hier keinen Platz. Äh. Oh. Oh. Lape Slatsuli. Cool. Wir sollen wieder nach oben kommen. Da. Zurück gehen und hoch bauen. Würde ich mal vorschlagen. Ja. Oh. Baue dich nur ohne mich hoch. Ich will auch noch wissen, wo ich hier rauskomme. Tja. Kein Bock, Alter. Dann nur da allein hier zu bleiben. Ja. Schon wird der Redstone, Mann. Hey. Soll ich mal Kieser bauen? Soll ich mal Knarrf sagen? Boah. Knarrf. Knarrscht. Wo bist denn du? Wo geht der Gang hin? Oben. Ja, du hast dir das zugebaut, du Homo. Scheiß Lappen. Yolo. Wir sind unter Wasser. Eine Unterwasseraktion. Eine Weltneuhalt. Hey, hey. Mann, ich hab Deutsch sprechen verlernt. Auf der Karte können Sie eine Sumpflandschaft sehen. In der wir nicht drin sind. Jetzt baue ich die Erde ab, damit wir alle auch sterben. Ich mach mal bei mir kurz Light on. Mal wieder. Ich bin zu schlecht. Ja, das glaube ich dir. Sofort. Fetter Homo. Get this. Bitches. Hi. Ähm. Zum Glück ist es auch überhaupt nicht warm. Hast du dich schon wieder hochgebaut, oder? Ja. Mit Luft. Ne, sag mal. Ja, ich bin doch schon oben. Ich warte. Na, wo denn? Na, oben. Bei uns am Haus. You may not rest now. There are monsters nerby. Was? Habt ihr gegokst? Fallen. Wieso steht das hier auf Englisch? Alles andere ist auf Deutsch. Das steht auf Englisch. Na, was geht, Keule? Ciao, muss wissen. Ja. Nein, bleib doch stehen. Na. Danke. Und das ist dein Geschenk, du Wechsel. Hey, geht's auch noch nach oben lang? Doch, ne? Oh mein Gott. Hoi. Na, wie geht's? Rückstoß ist echt nützlich. Au. Ne. Flammen auch. Wie kommen wir jetzt? Bleah. Hey, hier geht's noch nach oben. Und wie geht's wirklich noch nach oben? Ja, 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 ja. Das ist fett, Mann. Das ist richtig fett. Alter, ich sehe gar nichts. Das ist meine Fackel. Ich werde von der Seite voll fett von meiner Lampe bestrahlt. Ja, das ist so ein Tunnel voller Kohle. Guck dir das mal an. Da unten Kohle. Hier oben Kohle. Das ist doch mal richtig bescheuert. Und jetzt muss ich perfuckeln. Hilf mal. Wir brauchen Kohle. Kohle abbauen, Mann. Alter, ich muss fucken machen. Ja, ich hab keine Sticks, sonst würde ich auch welche machen. Tja, ich schon. Hast du überhaupt noch Platz? Ich glaube, ey. Warte. Ne, mein Inventar. Wieso hab ich Kiese, mein Inventar? Was soll ich denn mit Kies, Mann? Hier, weg, weg. Na, weg, Boss. Bist du ein Spinnenauge? Ne, bitte nicht. Guck mal, was hier oben hängt. Oh, wo bist du? Ja, Kohle. Zum Glück ist das nie übertrieben. Oh, und das wieder Eisen. Das ist so bescheuert. Aber Eisen darfst du dich eigentlich nicht beschweren, weil wir Eisen wirklich brauchen. Tja. Wir bräuchten nur ein Stack-Eisen. Das würde uns schon hellere ausreichen. Ne, glaub mir. Würde es nicht. Klo. So. Geht's hier noch irgendwo lang? Hier rechts? Ja, hier rechts geht's noch lang. Warte, hier ist noch ganz viel. Ach nee, bitte hilf mir ein Skelett. Sorry, hier ist Eisen. Wo ist das Skelett hin? Ich hab ja gerade übelst laut und deutlich... Oh oh. Alter. Ey, ich hab mir fast in die Hosen gepisst. Da kommt das Skelett einfach so. Weißt du? Oh, hier ist ein Enderman. Oh, hier ist ein Skelett. Oh, hier ist ein Zombie. Hier ist ein Creeper. Hilfe. Zwei Enderman. Okay, nur noch zwei Enderman. Hier ist schon wieder so ein komisch gebauter Gang. Ach nee, nur ein Enderman. Ähm. Soll ich den umhauen, oder? Brauchen wir eine Enderperle? Trotzdem ist hier wieder so ein komisch gebauter Gang. Brauchen wir eine Enderperle, oder ne? Naja. Okay. Brenntowechser. Äh, jetzt schon wieder eben. Ja, vor allem. Hä? Wo kommen diese ganzen komischen Gänge her? Hilfe. Oh Gott. Ja, ich hab Ohre bisher, Schiss. Oh Gott. Wo ist das Skelett? Wo ist das? Wo ist das? Geh weg! Geh weg! Ja. Ja, was ist denn das? Durchsteine. Like a boss. Hä? Das ist ein Tunnel, der verbindet ganz viele andere mit ein mal? Das ist ein, ein Meter mal ein Meter Tunnel, wie ist das? Also ein Quadrat, halt so ein Block, mal ein Block. Das verbindet mehrere Tunnel immer miteinander. Hilfe. Hier ist ein Riesenhüller. Jetzt würde es nur noch fehlen, dass die Musik abgespielt wird von... Äh... Hilfe! Ah, Skelett! Ah, ah! Ähm, mit der Pig-Ax habe ich das Ding schneller gekillt, als wie mit einem Schwert. Oh Mann, the fuck. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Du schießt mich nicht an. Hey, nice. Junge, was soll ich mit der Eisen? Mir spawnen Gerät die genau hin an mir, das ist so unfair. Ich kack mir wirklich fast immer in die Hose. I can see your name. Boah, das geht mir so am Arsch vorbei. Alter. Cola, Cola. Wenn du mal sehen solltest, diese verkackten Gänge, die ich hier dauernd finde. Geh mal bei der anderen Höhle dort lang. Junge, ich bin durch diesen Eingang gegangen. Nö. Na was, ich will wissen, wo die hinführen, wenn sie schon keiner von uns gemacht hat. Ich war ja eigentlich nie in der Mine. Ich hab mir ja entweder die Farm oder dann hab ich vor unserem GS dieses Grundstück so weit gekraben. Mimmel macht das nicht nochmal mit mir. Hot Arschbang. Minecraft soll da ab 18 sein. Getropft hat's. Gott. Das Schlimmste war eh einmal... Was heißt dir das Schlimmste? ...dass du in Minecraft geweint hast. Ja, das war total komisch. Da war in Minecraft schon eine ganze Stadt gebaut. Ich hab mal, ich hab, ähm, das war hier mit dem, mit dem, meinem Kollegen hier, mit dem Chris, na, wir haben gespielt. Der hat mit seinem Oberpro-Computer, mit der hier konnte 30 Server auf einmal machen, das hätte bei dem nicht geleckt. Ja, und das war halt so, wo der sein Server gestartet hat, da war schon eine ganze Stadt gebaut. Und, ja, wir haben halt noch nichts gemacht da. Was für eine Story. Ja, und aber er hat doch nicht in der Konfi eingefügt, oder so, also... Hey, lol. Ich bin wieder an unserer Mine. Ja, das wäre toll, wenn du hier wärst. Kommt das Wasser her? Alter, schwinde mal auf den Scheißblock drauf. Oh Gott, der ist so dumm. Hey, ich kann Licht sehen. Kommt das Scheißwasser her?